Wir fahren mal wieder mit dem Max. Dort hinten steht der JLB Schieter. Wir sind gerade kurz rumgefahren. Wir wollen heute mal durch die Pfützen fahren. Der Max soll ja nach Anleitung wasserdicht sein und ich sag mal, wir legen ihn los. Oh lala, das war schon mal ein guter Sprung. Der Akku ist gleich wieder leer. Leute, falls ihr schriezt, das ist der Alarm, wenn der Akku leer ist. Wir machen das jetzt mal ab, weil der ist ganz schön laut. Das war gut. So, Leute, wir fahren jetzt richtig schützen. Und dann fahren wir nach Alpwerp. Das war gut. Wir probieren mal dort. Die beiden Pfützen hintereinander. Ich guck mal, ob ihr noch woanders Pfützen probieren könnt. Und dann sind wir noch mal hier. Die Pfützen habt ihr hier. Das geht mal wieder. Oder? 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 Ja! Oh la la! Oh la la! No! Oh la la! Papa! Zum Glück ist der Max ja Wasser nicht, oder? Papa! So! Also steht auf dem Karton! Guck dir du mal! Papa! So! 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 Das Rad hier ist kaputt, der Stoff ist raus! Mein Freund ist ja gefallen, deswegen ist ja wegen dem der Stoff raus! Da geht ja meistens das Toll kaputt! Der hat ja schon den Cheetah versenkt! Und dann würde ich mal sagen, wir beenden das Video! Bis zum nächsten Mal! So! 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 So!